Ok, World Gate sind noch zwei Scheißzerstörer, das haben die anderen 23 und wenige Watt von Bupi öffnen. Der Bismarck wäre ich da reingefahren und wenn du eine gehabt hättest, aber nicht gegen 8er. Nein, mit zwei Bismarck kann man da reinfahren, klar. Ich habe den Dr. Bupi öffnen können. Scheiße, Herr Stöte für Shaylin, wir sind in der Vorstellung eine Art und Schauspielern. Ich habe den Dr. Bupi öffnen. Ich habe den Dr. Bupi öffnen. Auf wen hast du geschossen? Hallo. Was siehst du, wie sie da kommen? Ich fahre nur nicht gerne hier lang, weil da bist du so lange aus dem Gefecht raus. Ich weiß, wie er funktioniert. Brennt auf jeden Fall Gute Nebel, du Spinner-DD, ey. Naja. Gute Nebel, du Spinner-DD, ey. Gibt's doch nicht, wieso ist die Uhr zugegangen? Boah, jetzt wird's aber eng hier. Unsere D-D-D-X machen. Jetzt muss ich aber hier. Scheiße, ich dreh erst mal ab hier. Okay, jetzt bin ich offen. Ah, zieh ein zweimal auf mich. Okay, hier. Okay. Na, wir haben unseren DD verloren, sehr schön. Ach komm ey, was für ein Dreck. Ja, wir haben beide DD verloren. Drei Mann ziehen auf mich, sehr schön. Drei Mann. 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 Jetzt habe ich natürlich voll den Fehler gemacht. Ich bin Gwen? Ja, ich bin der Lauf auf der Jobbett. Sehr schön. Das Gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Hier für das Moment wieder? Ja. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingeschossen habe gerade. Das Gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ich sollte nicht sagen, ob das nicht ausgegeben werden musste, doch 명 wie jungf president Geraiheit, genau fahren Sie mit kommen. Da ist 할� möj, Jaloh! Ich muss gucken, wie ich das mache hier wegen dem scheiß Dedeh, der hier noch ist, ey. Hm. Ihn. Berliner Olympiastadion ist es. Ich weiß nicht. Wir sind aus. Sehr wohl, sehr schön. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, nicht. Ich bin in der Grunde. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut ver ב� stylish bin. Ja, sauber. So, A gehört wieder uns. Jetzt haben wir die GEB geholt. Jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten fahre. Ich musste jetzt gerade aber so fahren, weil ich den DD auf der rechten hatte und die Hood und das alle. Weißt du, ich konnte hier nicht reinfahren. Ja, ist alles gut gewesen. Ah, das kommt. Unser Sieg ist in Sicht. Das macht doch. Aber nicht. Ach so. Das ist auch raus, jetzt ist nur noch die Warspite und da hinten die Bismarck, die da hinten an der roten Linie rumfährt. 760 nur auf die Warspite, ey. Es scheint aber Tops zu kriegen die Warspite. Müsste ich kriegen, wenn die gut einschlagen. Na ach, nur 4. Die geht aber raus durch Tops. Ja, sehr schön. Ist ja auch unsere Karte, ne? Hm. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja. Ja.